Man möchte mit sehr vielen Helferinnen und Helfern gemeinsam einen Beitrag leisten zum Thema Repair-Kultur, Ressourcenschonung und Nachhaltigkeit. Mein Arbeitsalltag sieht so aus, dass ich versuche, ganz vielen Menschen zu helfen mit ihren technischen Geräten, sowohl chronischer Natur als auch mechanischer Natur. Also du musst auf jeden Fall teamfähig sein, kommunikativ sein und Spaß daran haben, mit anderen Menschen gemeinsam zu arbeiten.